Okay, ich habe eine Idee. Wer in meinem Blog regelmässig schaut, der kennt Felix und der kennt Dani Und die Geschichte ist, der Dani ist in den Ferien. Und wir haben gesagt, wenn du in die Ferien gehst, musst du uns regelmässig davon berichten, was du in den Ferien machst. Also was er gemacht hat? Er hat eine Facebook-Gruppe Nein. Er hat eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, hat Felix und mich eingeladen und postet jetzt regelmässig ein Video. Und das habe ich auf eine Idee gebraucht. Und zwar erstens eine WhatsApp-Gruppe machen, zweitens Leute einladen, drittens ein Video posten. Die Regeln sind die, Video machen, nicht länger als 30 Sekunden, ungeschnitten und ich muss etwas erzählen, was euch passiert ist, was ihr erlebt habt, whatever. Es gibt keine Shares, es gibt keine Likes, es gibt das ganze Social Media Kack. Das gibt es alles nicht. Es sind einfach Videos. Jeder dürfte da rein posten, jeder dürfte Videos machen, mit diesen Regeln. 30 Sekunden, ungeschnitten, unbearbeitet, los. Macht das und ladet mich ein. Und wenn ich euch nicht keine Schreibenfechte wäre ihr Sinn, dass ich es ein bisschen einordnen kann, wäre ihr Sinn.